herzlich willkommen zu diesem video das gehört zur dreiteiligen serie meiner reise serie ich verreise ja bald und ich dachte ich wenn ich was viel gemacht habe in meinem leben und viel erfahrung gesammelt habe dann ist es mit dem reisen ich reise jetzt seit 20 jahren hauptsächlich alleine als frau ja und dieses video ist ja dafür da dass ich meine erfahrung als frau mit dir teile und genau dass der erste teil war der jetzt rausgekommen ist war die einfach ein paar reiseberichte von mir ich habe ein paar anekdoten geteilt wenn das video noch nicht gesehen hast verlinke ich dir das mal hier oben genau und dass der dritte teil wird dann sein low budget tipps also wie ich ja was ich so für erfahrungen gesammelt habe wie du günstig durch die welt kommst und auch mit wenig geld reisen kannst ja aber dieses video wie gesagt geht darum mit den frauen ja die videos verlinke ich dir sobald die erschienen sind auch unten in der infobox dann kannst du da auch die anderen beiden anklicken und ja wenn du weil es mir auch am herzen liegt möchte ich das auch kurz teilen selbstliebe ist für mich ein großer großes thema was ich auch durch das reisen viel gelernt habe selbstbewusstsein die liebe für mich selbst auf meine gefühle zu hören ja ist ganz wichtig sage ich gleich noch mal ganz genau ganz wichtiger oder der wichtigste tipp überhaupt als frau alleine und deswegen möchte ich dich auch hinweisen auf die video kurse wo du die links unten in der infobox findest wenn du ja deine selbstliebe erblühen lassen möchtest dann schau mal in die video kurs gibt einen kostenlosen und einen intensivkurs der auch was kostet also für jeden was dabei gut jetzt fange ich mal an weiß ich wenn du jetzt das erste video schon gesehen hast dann weißt du schon aber ich erzähle es trotzdem noch mal weil es einfach eher mein start sozusagen war ich war mit 19 das war 1997 alleine in indien für drei monate es war meine allererste reise in der welt ich war vorher immer mit meinen eltern unterwegs in ungarn oder ja wir waren eigentlich immer in ungarn und ich hatte eine dokumentation gesehen und wusste ich will in dieses land ich habe mir gar keine gedanken darüber gemacht dass das irgendwie gefährlich sein könnte oder dass ich da jetzt allein hinfahre ich war einfach in meinem umkreis gab es niemanden der das auch machen wollte der irgendwie die idee hatte und deswegen habe ich mich davon aber auch nicht abhalten lassen sondern habe es dann getan das war auch 2009 bei meiner zweiten großen reise der fall wo ich auch alleine unterwegs war anderthalb jahre habe ich auch versucht vorher jemand noch sozusagen zu finden aber einfach weil ich lust hatte in gesellschaft zu reisen weil ich mal wissen wollte wie das ist und habe aber niemanden gefunden und habe da auch wieder gedacht nein ich lasse mich jetzt davon nicht abhalten oder soll mich nicht abhalten los zu reisen weil eins kann ich dir sagen da reisen viele allein unterwegs und keiner will eigentlich alleine sein sondern ja jeder geht da als seinen weg und und du kannst ganz leicht menschen kennenlernen viel leichter als wenn du zu zweit zum beispiel unterwegs bist wo du ja sehr zum teil sind ja die pärchen also nicht nur pärchen aber auch frau frau oder mann mann oder wenn du da als freunde unterwegs bist die sind ja dann oft sehr fixiert aufeinander und gar nicht so offen für andere aber da gibt es halt viele die auch sozusagen alleine gestartet sind und du also du lernst wirklich sehr schnell leute kennen ich weiß nicht ob man dafür unbedingt ein extrovertierter mensch sein muss bei mir war irgendwie so einfach die lust auf gemeinschaft die hat mich halt dann immer in kontakt gebracht aber ich meine selbst wenn du schwicht dann bist wirst du auch angesprochen und lernst in bussen und in der bahn und im restaurant und überall menschen kennen ja und es ist wirklich das kann man sich immer nicht vorstellen wenn man noch in europa ist oder in deutschland sitzt dass dort die menschen wirklich die haben alle zeit ja die meisten sage ich mal also gerade so wenn du durch asien reist der eher langzeit touristen ist vielleicht ein bisschen anders wenn du in im land bist wo die leute nur zwei drei wochen sind dann haben die da meistens schon ihren plan aber es gibt immer noch genügend umeinander kennen zu lernen ja und von daher also dass da passieren auch viele magische sachen wenn du so alleine unterwegs bist oder auf reisen bist und weil meine erfahrung ist da so dadurch dass ich keinen plan oft habe wo ich jetzt als nächstes hinreise bin ich so im moment und dann können mir so ganz tolle sachen passieren ich kann dann den moment wahrnehmen und die möglichkeiten und optionen die sich da mir bieten kann ich dann wahrnehmen ja und was ich in deutschland wo ich vielleicht so mit so einem tunnelblick irgendwie meine arbeit meine meine freunde irgendwie so dann sehe ich gar nicht links und rechts die anderen tollen menschen oder die anderen tollen erfahrungen die ich machen kann ja also ich kann nicht da echt nur ermutigen da sind so viele menschen allein unterwegs und du kannst dir dann aussuchen ob du mit einer frau oder einem mann oder mehreren unterwegs sein willst also und das ist wirklich als ich da fünf monate allein durch indien unterwegs war ich habe gedacht danach mir kann nichts mehr passieren in dieser welt wenn ich das gemeistert habe dann meister ich alles also ich kann dich echt nur ermutigen da ruhig loszugehen loszulegen ich will dir noch ein paar erfahrungen so aus den ländern teilen in denen ich war ich war sehr oft und sehr lange in indien und auch so mit 15 jahren abstand und ich muss sagen dass indien wirklich dazu gewonnen hat so von der dass es leichter ist als tourist dort zu sein und weil sie sich vielleicht mehr daran gewöhnt haben dass da westler sind ein wichtiger tipp den ich immer beherzigt habe oder worauf ich geachtet habe weil ich da meine grenzen gespürt habe ist dass ich wirklich schon eher auf tourist nicht eher sondern ich bin auf touristischen trampelfahrten unterwegs gewesen ja also ich habe jetzt nicht so die seitenrouten in ein kleines dorf im nirgendwo genommen ja wenn ich jemanden hatte mit dem ich das zusammen hätte machen können dann auf jeden fall aber wenn da niemand war dann bin ich eher damit gefahren oder dahin gefahren wo ich wusste da fahren viele hin und das war so eine absicherung für mich ja und das wichtigste ist wirklich da auf dein gefühl zu hören auf deinen instinkt zu hören und ja da gut auf dich zu achten irgendwie mit wem gehst du mit wem sprichst du an und ich habe es dann wirklich anfangs war das so dass ich einfach alle angesprochen habe aus einer angst heraus nicht allein sein zu wollen aber irgendwann habe ich dann gemerkt ich möchte die ansprechen die die sympathisch aussehen die irgendwie mich anziehen und was ja interessantes für mich haben und daraus sind dann auch wunderbare reise bekanntschaften geworden die zum teil heute noch vorhanden sind ja und du kannst auch gucken was du an den orten machst ja also das ich war zum beispiel in indien vielen ashrams das sind super sichere orte ashrams sind so schulen von lehrern wo du zum beispiel yoga machst oder meditierst oder je nachdem was für eine richtung ja und das ist zum beispiel ein guter startpunkt oder wo ich nach indien gegangen bin das erste mal bin ich nach goa geflogen weil ich wusste dort ist es westlich da kann ich mich erst mal dran gewöhnen langsam ankommen und ich war dann auch wirklich so lange in goa bis ich das gefühl habe ich traue mich jetzt weiter zu reisen ja also ich habe bin da nicht sofort in irgendwie indisches kleines dorf gefahren sondern goa ist ein reicher start da gibt es keine bettler keine armut und da konnte ich halt ankommen und ich wusste da sind noch ganz viele andere touristen und so war es dann auch ne und ich habe mir die zeit genommen die ich gebraucht habe um weiter zu ziehen habe dort halt tipps gekriegt wo ich weiterhin reisen kann und und dann ist es halt so dann fährst du halt bin ich mit dem zug gefahren und im zug setzen die dann oft die westler halt zusammen so ja und also nicht immer ich saß auch schon neben locals aber so hast du halt die chance dann auch andere leute kennenzulernen oder wenn du im bus fährst dann siehst du da vielleicht andere westler und dann kann man sich zusammen tun und dann im nächsten ort wo man ankommt zusammen zimmer nehmen ja wenn du dich wohlfühlst mit der person habe ich dann auch gemacht und dann guckt man halt so lange wie man zusammen reisen will und dann sagt der ein oder der andere irgendwann so jetzt mein weg geht dahin deiner geht dahin und ja dann trennt man sich wieder oder ich hatte auch das glück einfach nur mal so was so passieren kann in indien dass ich da in meiner zweiten woche eine frau kennengelernt habe die dasselbe vor hatte wie ich auch alleine losgereist auch weltreise und war auch gerade am anfang so und am anfang hat es aber noch nicht so gepasst mit dem reisen aber wir haben schon unsere nummern ausgetauscht damals war das auch noch nicht so mit facebook und was weiß ich also aber wir hatten unsere nummern und dann ja wir waren halt ein halbes jahr beide so unterwegs und haben uns immer mal wieder getroffen und es war super zu wissen die andere person ist da ja wir sind dann auch zusammen aus dem land ausgereist nach thailand waren dann da noch zusammen unterwegs und also so eine sachen passieren hier dann ne und du kannst unterwegs halt dann menschen kennenlernen und wie gesagt also man ist füreinander da ich war ja auch krank auf den reisen und da war immer jemand der sich um mich gekümmert hat ja wenn du das ist vielleicht auch eine angst wenn man so alleine unterwegs ist aber ich habe da wirklich durch die bank weg nur gute erfahrungen gemacht um ehrlich zu sein will ich aber auch erzählen dass ich auch mal nachts in irgendeinem indischen dorf alleine unterwegs war und die erfahrung gemacht habe dass da ein mann mit einem fahrrad vorbeigefahren ist und mir so an die brust gefasst hat das war sozusagen so das dramatischste übergriffigste was ich erlebt habe ich bin mir heute nicht so ganz sicher mit indien weil ja viel so von dem missbrauchsgeschichten auch in den medien war ich weiß nicht wie es die damals schon gab als ich dort war also schau da wie dein gefühl ist so meins ist gerade nicht nach indien zu gehen ich entdecke gerade andere länder aber damals war das so und es ist allerdings halt auch ja das war damals mit 18 und ich denke dass ich halt auch sehr unsicher unterwegs war ich hatte auch sehr früh heimweh bei diesen drei monaten bekommen und das war auch nicht so sag ich mal respektvoll von mir da nachts unterwegs zu sein aber ich bin schon auch immer so eine kleine rebellin gewesen die sich nichts vorschreiben lassen wollte und das ist dann mal dabei rausgekommen aber ansonsten ist mir nichts da weiter begegnet allerdings muss man zum beispiel auch wissen dass inder ein ganz anderes verhältnis zu nähe haben zu nähe und distanz ja also dadurch dass das land sehr voll ist und die menschen sehr eng miteinander leben sind die eine ganz andere nähe gewöhnt als wir europäern das darf man echt nicht missverstehen wenn dann die menschen ganz nah an einem dran stehen wenn man zum beispiel bus fährt oder so das ist für die ganz normal dass es nichts anzüglich ist oder so beziehungsweise du musst dann da genau schauen ja wenn du dich in der situation nicht wohlfühlst dann verlassen die situation ja ich habe auch also wenn ich gemerkt habe nee da wo ich gerade sitze das ist mir nicht koscher oder es ist mir nicht so fühle ich mich nicht so gut dann verlasse ich die situation das war so indien also genau was ich noch zu indien sagen kann ist dass das hat sich aber auch ein bisschen verändert und es hängt auch damit zusammen auf welche menschen man trifft aber dort habe ich es halt erlebt wenn ich dann mit einem mann unterwegs war auf reisen dass die anderen dann die inden nur mit dem mann gesprochen haben und nicht mit mir also also wurde da echt dann ignoriert und das war nicht so als ich ganz alleine unterwegs war natürlich konnte ich mich da verständigen und habe auch alles bekommen was ich brauchte aber das ist mir dann nur so aufgefallen also dass es da nicht so den direkten weg zur frau gibt aber das wenn du da auf sag ich mal ich weiß nicht ob das jetzt doof klingt aber so gebildetere also eine höhere schicht sozusagen die auch vielleicht westliche einflüsse stärker haben die sind auch moderner sind bei denen die sprechen dich auch gerne an egal ob du mann oder frau bist so ja und die reden auch mit dir genau das ist noch so und dazu gibt es noch so eine anekdote diese freundin von der ich gerade gesprochen habe die lisa mit der ich da halt dann auch öfter mal zusammengereist bin in indien die hat sich zum beispiel auch ein motorrad gekauft was als frau schon mal geht also ist unglaublich in indien und wir zwei dann zusammen also zwei frauen auf dem motorrad alleine da waren wir dann auch wirklich also wenn du mit dem motorrad unterwegs bist kannst du echt an orte kommen wo kein tourist hinkommt und es war so so schön aber wir haben halt zum beispiel auch sehr viele unfälle verursacht weil die inder dann halt nach uns geschaut haben und es war für die einfach unglaublich so und auch weil der fahrstil ein bisschen anders ist so ne also wo wir immer anhalten weil da jetzt eine kreuzung ist rauschen die inder trotzdem weiter durch aber ja so war das genau dann malaysien will ich auch noch erwähnen weil es auch für mich besonders war als frau ist ein muslimisches land und das fand ich sehr herausfordernd für mich bisschen zu schwierig damit klar zu kommen dass die malaysischen frauen wie die behandelt werden und ich weiß das entspricht deren tradition ich möchte da auch nicht einwirken oder das verändern das tue ich schon genug indem ich dort als frau alleine unterwegs bin ich hatte da keine probleme ich konnte alles machen aber ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt besonders auch als ich gemerkt habe dass sie mir gegenüber anders sind als ihren eigenen frauen gegenüber so ne also das was sie niemals mit einer malaysischen frau gemacht hätten haben sie mit mir gemacht also dass sie eine fremde frau ansprechen zum beispiel oder ja da einfach kontakt aufnehmen und ja das ich habe mich da einfach nicht so wohl gefühlt aber das ist wirklich meine persönliche empfindung oder geschichte auch wahrscheinlich dass mir das auch sehr wichtig ist eigenständigkeit und unabhängigkeit und ja dort halt zu sehen dass die frauen das dort anders leben das war sehr schwer für mich aber wie gesagt also ich wurde habe dann keine übergriffigkeiten erlebt wurde auch nicht diskriminiert oder sonst irgendwie aber es war ja war vielleicht auch nicht so mein land gibt's ja auch genau dann war ich in nepal nepal ist überhaupt kein ding also als frau alleine also nepal habe ich nach indien gemacht als erholung oder zwischendurch weil in indien wirst du total angestarrt als tourist aber egal ob du mann oder frau bist also besonders im norden da sind die touristen nicht so gewöhnt und ja nepal war einfach die sind super freundliche menschen das ist ein sauberes land ein sauberer als indien und wobei die mit den plastikflaschen auch schwierigkeiten haben aber auf jeden fall also da war es wirklich super entspannt da kannst du auf jeden fall als frau alleine hinreisen das sind so friedliche menschen ich kann mir da nicht vorstellen dass da irgendwas passiert und habe da auch nicht irgendwie so kastensysteme oder sonst irgendwas empfunden so ne also eher im gegenteil dass die frauen dort auch sehr souverän und selbstständig waren genau ich habe da den annapurna circle gemacht von ach die orte ich bin nicht so gut den namen wo war der startpunkt irgendwas mit p glaube ich panora na ich kriege es nicht für wahr genau das kann ich dir sagen also nepal ist gar kein ding würde ich sagen thailand ist auch überhaupt kein ding das sind auch mega freundliche menschen egal ob du mann oder frau bist also ich kann mir nicht vorstellen dass da irgendwas schlimmes passiert zumindest an den orten wo ich war ich habe auch längere zeit in bangkok habe ich mich auch sicher gefühlt aber wie gesagt ich habe natürlich auch darauf geachtet dass ich nicht nachts im dunkeln alleine durch irgendwelche straßen renne oder in irgendwelchen abwegigen stadtteilen unterwegs bin also den instinkt und die natürlichen überlebensmechanismen die muss man natürlich beachten ich hoffe das ist selbstverständlich aber wie gesagt also da hatte ich gar kein problem in ecuador war zum beispiel auch gar kein thema also die sind auch egal ob mann oder frau ob du mann oder frau bist total gleich mir gegenüber das war auch wirklich super easy zu reisen sehr angenehm da war ich ja auch noch sehr sehr jung mit 20 21 oder so und das war auf jeden fall auch möglich singapur natürlich auch gar kein ding also das ist ein so reglementierter stadtstaat da hast du was auch echt nichts zu befürchten außerdem ist es ja ein sehr sehr reiches land stadtland wo ja wo ich das gefühl habe die leute sind nicht darauf angewiesen irgendwas böses zu machen oder so die wollen da einfach nicht leben und ihre ruhe haben ja das sind jetzt so die länder ich war natürlich auch viel in europäischen ländern unterwegs und ich bin wirklich immer ich kaufe mir one way flug oder manchmal hatte ich ja auch einen rückflug aber ich buche mir kein hotel oder sonst irgendwas worauf ich halt immer achte ist dass ich tagsüber ankomme und also am besten vormittags und einmal war es auch so wo ich jetzt auf 2009 auf dieser weltreise gestartet bin war ich bin ich zum beispiel in debi gelandet und ich saß dann erstmal ich glaube ein zwei stunden einfach auf diesem flughafen bis ich das gefühl hatte ich habe mich gesammelt und dann bin ich losgegangen ja also das finde ich auch super wichtig dass es dir gut geht wenn du los gehst so dass du gut bei dir bist und mit wachen sinnen unterwegs bist so gerade wenn du von ort zu ort kommst da war es zum beispiel auch so dass ich sehr spät abends angekommen bin und wusste oder schaffe ich es nicht mehr mir ein zimmer zu suchen aber ansonsten ist das zum beispiel in asien überhaupt kein ding wenn du vormittags irgendwo ankommst du hast genügend zeit dir was zu suchen und wo ich da mit der lisa in bangkok angekommen bin wir sind auch wir sind um 8 uhr angekommen und dann hatten wir erstmal hunger und da wir zu zweit waren und wussten wir finden auf jeden fall was da waren wir mittlerweile sehr entspannt haben wir sind wir erstmal essen gegangen ganz entspannt und dann war es abends um 10 und dann haben wir uns noch was gesucht und das war kein ding also gerade bangkok genau und darauf würde ich auf jeden fall achten wenn du den flug buchst wann kommst du an wenn du jetzt spät abends ankommst würde ich vielleicht doch ein zimmer empfehlen dass du irgendwo halt weißt wo du landest aber wenn du vormittags ankommst oder auch natürlich wie viel erfahrung hast du was traust du dich so ne vielleicht gibt es dir auch sicherheit und da wenn du dann weißt wo du landest in welchem zimmer du dann schlafen kannst und so ne aber ich habe halt oft oder ich habe immer die erfahrung gemacht dass ich zum beispiel im flugzeug oder im bus oder irgendwo dann jemanden kennengelernt habe und dann mit den personen mir ein hotel gesucht habe oder so oder ein hostel oder was auch immer aber guck da wirklich auf das was du was dir gut tut wo du dich gut fühlst ja das sind glaube ich so die länder über die ich dir was erzählen kann ja also ich verlinke dir hier mal noch zwei videos wo du weiter schauen kannst wie gesagt die anderen wie die beiden teile findest du in der infobox wenn die dann erschienen sind videokurs gibt es auch in der infobox die beschreibung wie du da hinkommst ansonsten frag mich wenn du noch fragen hast vielleicht habe ich was nicht angesprochen was dich noch interessiert dann gehe ich da gerne noch drauf ein gib mir gerne daumen nach oben wenn dir das video gefallen hat und wenn du kein video mehr verpassen willst dann ja abonniere den kanal aktiviere die glocke damit du informiert wirst weil das nicht mehr automatisch passiert wenn man jemanden abonniert und ja ich wünsche dir auf jeden fall ganz tolle reise wenn du dich bald auf den weg machst und schreib mir auch gerne in die kommentare wo du hinreist und ja was du vor hast und wenn du ängste hast schreibt es auch gerne auf vielleicht kann ich da was zu sagen jo dann alles liebe dir und bis bald und 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 und